Heimat Es war ein Wort, das in Inas Familie immer Widersprüche aufwarf. Ein Wort, unter dem Ina sich nichts vorstellen konnte. Sie sagte wohl, dass Österreich ihre Heimat sei, aber sie sah doch bis zu ihrem 20. Lebensjahr täglich an den Wappen und Fahnen, die in ihrer Küche hingen, dass das nicht ganz stimmen konnte. Sie war Österreicherin, behauptete sie. Steiner hingegen erschien ihr als Slowake, was eher darauf angesprochen energisch zurückwies. Er sei kein Slowake und kein Österreicher. Zuletzt hat er behauptet, Deutscher zu sein, obwohl er nie in seinem Leben in Deutschland gewesen war. Das Wort Heimat war Ina verhasst. Sie verstand es nicht. Es war ein Wort, das sie hauptsächlich in der Negation kennengelernt hatte, in der Aussage Steiners, dass es keine Heimat mehr gebe. Steiner streckte die Hand aus und deutete über die Mach. Ja, dort drüben im Kommunismus habe er seine Heimat gegeben, aber sie war unerreichbar. Die Großmutter, unsere Heimat, wurde gestohlen. Und das hier, wo sie lebten, in diesem Dorf von der Mach, konnte nie Heimat werden, nicht in Jahrzehnten. Die Steiners hatten über Jahrhunderte hinweg östlich der Mach gelebt. Es könne unmöglich sein, dass sie jetzt westlich der Mach lebten. Das war ganz einfach nicht möglich. Ina löffelte, während sie mir das erzählte. Und später ging sie an den Herd zurück, um sich neuen Grießbrei zu kochen. Sie war keine so gute Köchin, sie hasste es zu kochen. Sie ließ das Handy einfach neben dem Herd liegen, während sie den Schneebesen vom Haken und die Milch aus dem Kühlschrank nahm. Später fasste sie wieder danach. Steiner sei mit seiner Familie hierher gekommen und habe sofort alles Österreichische abgelehnt und alles Slowakische abgelehnt und habe immer wieder nur gesagt, dass es keine Heimat mehr gebe, dass er und seine Familie, also auch Ina, keine Heimat haben. Wir haben keine Heimat mehr, habe er immer wieder betont, und auch nicht nach Jahren, auch nicht nach Jahrzehnten. Heimat, das ist dort drüben, hinter dem eisernen Vorhang, das ist dort, wo man nicht hingelangen kann, nicht weit, aber doch unendlich weit. Und würde man tatsächlich nach Limbach gehen, wäre das eines Tages möglich, habe Steiner gesagt, wäre es doch keine Heimat mehr. Die Heimat, das gibt es nicht mehr. Es gibt ein Haus und einen Hof und einen Kartoffelacker, wusste Ina, und Weinberge und eine Kirche und Birkenwälder und die Ruinen einer alten Burg, aber das alles zusammen sei trotzdem keine Heimat mehr, es sei ganz einfach nicht mehr dasselbe. Als Ina acht Jahre alt war, verschwand der Kommunismus. In der Schule hörte sie davon. Man hätte denken sollen, dass die Samt in der Revolution im Hause Steiner bejubelt wurde. Fällig unblutig verschwand der Kommunismus innerhalb weniger Wochen. Die Grenzen wurden geöffnet, und Verwandte, die sich jahrzehntelang nicht gesehen hatten, fielen einander in der Mitte einer Pontonbrücke in die Arme. Man hätte denken können, auch Steiner würde jetzt diese verlorene Heimat aufsuchen, nachsehen, was aus dem Haus geworden war. Auch Steiner würde Bekannten in die Arme fallen. Aber niemand freute sich im Hause Steiner. Ina verstand es nicht. Man hätte die Grenze nun sehr leicht passieren können, an einem Wochenende über die Mach und nachsehen, auf eine Suppe ins Wirtshaus in Bösing, durch die Gassen der Kindheit gehen, sich an einem Frühlingstag unter die blühenden Marillenbäume legen, sofern es die dort noch gab. Sogar diesen Hof wieder kaufen, zurück kaufen, was Jahrhunderte in Familienbesitz gewesen war, mit den heutigen Besitzern des Hofes einen guten Preis aushandeln und zurückkehren. Das Seltsame war nur, dass niemand auf diese Idee kam. Steiner nicht und seine Frau nicht und natürlich auch Inas Vater nicht. Die Limbacher Fahne blieb weiter in der Küche hängen, die Pelztracht wurde abgestaubt, sonntags die Tischdecken mit den eingestickten Weinrieben aufgedeckt, das Sonntagsgewand angelegt, das Porzellangeschirr aufgetischt, der Ölgugelhupf gebacken. Niemand wäre auf die Idee gekommen, über die Mach zu gehen, im Gegenteil. Nach der anfänglichen Freude über das Ende der Unterdrückung und der kommunistischen Gefahr nahm Steiner bald mit den anderen Österreichern, die hier alle Prohaska und Suchi und Bokorni und Minkovic und Konetschni hießen, diese Öffnung als Gefahr war. Jetzt kommen die von drüben, hieß diese Gefahr. Jetzt werden sie sehen, wie wir leben. Jetzt werden sie, wie wir leben wollen. Jetzt werden sie alles haben wollen, wie wir es haben. Und noch deutlicher, jetzt werden sie bei uns einbrechen. Und auch Steiner, der nach der Vertreibung selbst jahrelang als Flüchtling in einem österreichischen Flüchtlingslager gelebt hatte, der jahrelang ein Staatenloser gewesen war, schimpfte, dass der Staat nun zu viele Flüchtlinge aufnehme, die nichts als Probleme machten und dass man die loswerden solle, egal wie. Steiner war die ersten 26 Jahre seines Lebens slowakischer Staatsbürger gewesen, aber als im Sommer 1990 die ersten Pläne für eine Brücke über die March gemacht worden waren, sprach auch er plötzlich davon, dass jetzt die Slowaken kommen würden. Er überlegte sich, einen Hund anzuschaffen. Und eines Tages, sagte Ina, habe er das alte Gatter, das bis dahin das Grundstück begrenzt hatte, durch jenen hohen, palisadenartigen Holzzaun ersetzt, den ich selbst gesehen hatte. Die Menschen hatten jetzt nicht mehr vor den Soldaten am gegenüberliegenden Marchufer Angst, sondern vor den Zivilisten, die dort lebten.